Wir laden euch gerne ein. Hier, das nennt man Homs. Das isst man mit dem Salat und mit dem Brot. Schmeckt wirklich scharf. Hier sind Darten. Die sind süß und schmecken lecker. Hier trinken wir Nekmi. Ist auch sehr süß und schmeckt auch super lecker. Kanäle sind typische Süßigkeiten, die man gerne isst, besonders in Hochzeiten. Makrou, Doraille und Juju. Das ist traditionelles Essen. Und hier sind Schokoladen für euch. Ihr seid willkommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017